Aloha und weiter im Text mit Resonance of Fate. So, wir müssen in die Grand Mine 24 und in die Grand-Idee-Mine. Da müssen wir wahrscheinlich nach unten. Ich hab jetzt nicht auf dem Plan, wo die genau sind. Wir gucken einfach mal. Aber die müssten ja hier auf der Strecke sein. So, dann geht's jetzt mal los. Ab nach unten. Ah, ich guck mal, ob ich hier an diese Herausforderung komme. So, ich speicher hier nochmal, weil ich's kann. Jo. Daten werden überprüft. Ich weiß. So. Ich will auch versuchen, dass ich, hab ich im letzten Part schon gesagt, dass ich die Herausforderungen alle gemacht habe, bevor ich das Spiel durchgespielt hab. Es sei denn, es kommt da irgendwas dabei, äh, dazu, was irgendwie voll unrealistisch ist oder so, dann natürlich nicht. Ach Gott! Diese verrückten Goliaths waren ja hier. Stimmt, ich erinnere mich. Aber die sind jetzt vom Level eigentlich? Oh, oh. Oh, oh. Ähm. Äh, 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 äh. Äh, 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 wär schon jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen in der Bredouille. Okay. Oh oh. Vashon ist vergiftet. Super Idee. Dann kann Lien ihn gleich mal heilen. Ist auch ganz gut, wenn... So, Moment. Heilkoffer. Bitte, 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 bitte. Danke. Oh oh. Oh oh. Okay, geht. So, dann... Oh oh, nicht gegen ihn rennen. Oh, Stufe erhöht. Find ich sehr schön. Weil Stufe erhöht bedeutet... Stufe erhöht bedeutet... Ihr wisst, was Stufe erhöht bedeutet. So. Alter, ich hab grad so viel Glück. Und es laggt grad so irre doll. Moment, Moment, Moment. Ich weiß, glaub ich, woran's liegt. So. Musste mal kurz Antivir ausmachen. So, Kumpel. Du bist jetzt dran, Freund. Unbekanntes Material D. Find ich eigentlich ganz in Ordnung. Und... 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 Yay, voller Streifschaden. Find ich... Voll in Ordnung. So. Okay. Vielleicht kann ich ja was splitten. Nee, kann ich nicht. Aber, wer schon, kann weglaufen. Ah, Scheiße. Ja, toll. Er ist vergiftet. Und das nur... Achtung! Äh, bitte? Ja, natürlich. Ist ja voll nett und so. Okay, Lien. Heil ihn bitte nochmal. Wenn du's hinkriegst. Oh. Ja. Okay. Bitte nochmal versuchen. Toll, jetzt ist er sowieso geheilt gewesen. Egal. Okay, lauf mal da rüber. Ah, voller Streifschaden. I love it. Okay. Ja, von mir aus. Ich geh mich jetzt eh heilen. Also von daher... Äh, ich bin mal jetzt ein bisschen vorsichtiger. So. Oh, und ne Modulscherbe. Modulscherben. Ich liebe Modulscherben. So. Diese Aufgabe wäre erledigt. Ah, nein, Leute. Nein, darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Ah, na gut. Ah, na gut. Weil ihr es seid. Der alten Zeiten wegen. Hm. Aber ich muss dringend mal rasten. So, wunderbar. Hm. Finde ich auch. Lea, ich bin ganz deiner Meinung. So, bitte auf den Weg und jetzt hier hin und Rast machen. Und dann nochmal speichern. Weil die Herausforderung erledigt wurde. Aha. So, speichern bitte. Bitte Dankeschön. Damit hätten wir das schon mal erledigt, was ich sehr gut finde. So, dann weiter zum Lift. So, Mine 24 oder Grand ID hier in der Nähe. Bitte. Dakota. Ah, da vorne ist wieder eine Herausforderung. Das machen wir doch mal schnell. Tuck, tuck. Gucken wir mal kurz. Was gibt es denn hier Schönes? Jo, schaffbar. Definitiv schaffbar. Ist, äh, ein normaler Arena-Kampf. Aktuell irgendwo. Weiß jetzt nicht wo, aber... Das ist jetzt nichts mega herausragendes, was die hier verlangen. Also... Machbar. Alles machbar. Na komm. Alles schaffbar. Die knallen zwar ganz schön viel Schaden rein, aber wozu haben wir denn unsere Heilung? Multihilfe, ähm, Perfekte Hilfe, Soft Ice. Probieren wir mal ein Soft Ice. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, aber... Au! Aua. Aua. Nein. Na, dann halt so. Von mir aus. Machen wir mal... Ja, machen wir mal hier. Gehen wir mal. Springen wir mal da rauf. Okay. Und dann nicht. Okay. Ei, 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 ei. Aua. Olien. Mäusecken. Dann laufe ich da mal durch, als der Feier... Nein, 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 Freunde. So haben wir nicht gewettet. Ja, Anzeige aufsplitten ist eine gute Sache. Definitiv. So. Mh, Vasheran... Muss jetzt handeln, weil... Sonst blöd. Okay. Jau. Machbar. Oh Gott, bitte nicht. Ah, ich hasse es. Okay. Triff doch mal! Okay. Okay. Okay, alles cool. So, und jetzt den letzten kriegen wir jetzt hin. Suki! Meldenanzeige plus eins, weil wir eine Modulscherbe bekommen haben. Ich liebe es. Und genau deshalb möchte ich ja diese Herausforderung auch alle machen. Weil man ja auch dafür belohnt wird, dass man so fleißig ist. So, wir laufen mal nach unten. Ups. So. Graue Idee, Mine 24. Wollte haben. Das war hier unten auf Ebene 12, ne? Kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, wo die waren. Aber ich werde sie schon finden. Und dann werdet ihr sehen. Da werdet ihr staunen. So. Hier sind sie. Wir sind ja auch erst auf Ebene 10. Also, alles cool. Hey! Einen Schritt auf eine blöde Straße und dann gleich da. Oh ja, wie süß. Klingt jetzt vielleicht arrogant, aber oh. Oh. So, wir leeren die Flasche in der Hand hält. Das ist voll niedlich. So. Finde ich sehr gut. So. Schauen wir mal. Gibt es hier noch irgendwo eine Herausforderung? Ja, da vorne. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Zup, 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 zup. Speichern wir mal kurz. Das Schöne ist, wir können uns ja von hier aus auch zurück zur Basis teleportieren, weil ich ja schon alles freigelegt habe. Ähm. Müsste halt jetzt momentan ertragen, dass ich eben etwas öfter speichere, weil ich ja diese Herausforderungen alle erledigt habe. So. Dann schauen wir mal kurz. Was war denn das? War das das mit diesen ganzen, mit diesen blöden Puppen? Ja, wahr? Ja. Ja, das war das. Kinopio. Ach. Diesen Gag habe ich ja jetzt erst gesehen. Oh je. Okay. Ah. Okay. Wir machen mal mit Sapphire. Ähm. Handgranaten. Und zwar die richtig krassen. Oh. Ich habe keine Idee, was mir das jetzt bringt. Oh. Ja. Okay. Ah. Okay. Das Schrein. Ähm. Oh oh. Ich fürchte um meine arme Lien. Okay. Lien muss, glaube ich, da mal weg. Sapphire sollte da vielleicht auch weg. Ah. Legge die Leg Leg. Leg Leg. So. Sapphire hüpft mal da hinten hin. Wunderbar. Treffe ich den überhaupt? Nö. Aber wenn ich ihn nicht treffe, trifft er mich jetzt auch schon wieder. Schön. Äh. Kein Ding. Keine Lust. Nein. Das bringt mir nichts. Da werde ich später nochmal hingehen und dann werde ich mich ausrüsten mit Ausrüstung. Also mit diesen Anti-Körperschaden gedöhnt. Weil mehr machen die ja, glaube ich, nicht. Schusswaffen sind ja keine Elementarschäden und so. Gut. Schade. Schaffe ich immer noch nicht. Will ich jetzt aber auch spontan gar nicht schaffen, weil das war ja eigentlich gar nicht mein Ziel. So. Äh. Äh. Mine 24, da vorne. Da will ich hin. Da will ich hin. Und natürlich werde ich angegriffen. Ich habe keine Lust, angegriffen zu werden. Äh. Aber maskierter Räuber ist in Ordnung. So. Der Schaden, den die mir machen, der ist so minimal. Hm. Warum war gerade Sapphires Stimme, obwohl ich Vashran gesehen habe? Wäre mal ganz interessant. So. Dann schauen wir mal in Mine 24. Oh, wieder so schöne Musik. Ah. Ah, schade. Da-dang. Okay, und dann darüber rennen. Okay, und darüber. So, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Resonance of Fate wieder. Oh, worry. Bye. Bye. Das war's für heute.